Ich filme mich jetzt, ich filme Sie nicht. Alles gut. Wir machen bloß Videoaufnahmen, wir sind nämlich Urbexer, Los Bläser. Gucken Sie können, gucken auf den Bildschirm, ich sehen mich nur. So, ganz krasse Geschichte. Wir haben hier einen älteren Herrn getroffen. Total sympathisch. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? 66? Und was sagen Sie? Ja, wenn Sie mich so fragen, 70. Oh, also Sie sind dichter dran. Ich werde in diesem Jahr 72. Ja, also Respekt. Aber ich habe mir das Hobby erhalten. Respekt. Ach, das machen Sie als Hobby hier so was? Ja, ja. Verlassene Orte. Wie lange schon, wenn ich mal fragen darf? Ja, intensiv seit knapp 20 Jahren. 20 Jahre? Dann haben Sie schon einiges gesehen. Ja, ja. Und teilweise auch noch in einem besser erhaltenen Zustand als hier. Ja. Ja.